Also, mal riechen, eins nachhier da gleicher. Ich bin immer noch so von dem Neujahrskonzert beschwingt! Beschwingt bist du da? Du bist noch betrunken vom Neujahrskonzert! Ich möchte auch mal nach Wien in den Goldenen Saal, die Musikverein. Das muss so schön sein! Das ist aber zu weit von uns. Die sind einfach so den Hofer-Symphonikern! Die machen auch Neujahrskonzerte! Dann machen wir mit. Also machen wir mit? Hab ich gelesen, ja. Ah, da spiel ich mal Oboe. Mit Walter und Marie und ich Verget. Was machst du, Verget? Was hast du vergessen? Dann spiel ich Verget. Das heißt Vergot. Vergot? Ja, wie sich das mit dir diese dunkle Töne macht. Ja, das kann ich so. Aber du könntest ja die Piccolo-Flöte spielen. Ja, die hab ich oft gespielt. Wann hast du die jemals gespielt? Wann hab ich mein Mann? Die sind ja ganz was anderes als die, die haben es noch jahres Konzert. Oder wir singen halt was. Wir können ja was singen aus einer Operette. Ja, aus Zigeunerbaron. Ja, was singen wir das? Ja, das ist alles. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fachgebiet. Aber wo singt dann meine Schwein-Darren? Ja, das ist ja mal das Operettenkonzern. Das ist immer schön, dass ich über Amsel Wächter gerade so viel Operetten gespielt habe. Ja, aber das ist halt so ein Operetten-Tick. Warum? Ich hab's mir noch nicht Heavy Metal. Weil du nicht Heavy Metal singen kannst. Doch. Na, sing einmal. Ja, da sag ich lieber Ade, bleib schön. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. Und das ist ja gut. Und das ist ja gut. Wir sind ja gut.